Willkommen zurück zu Lies of P Folge 23. Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt baldigst auf den nächsten Boss treffen werden. Achso, stimmt, wir sind in diesem komischen kleinen Hotelgast. Das Ding lebt wieder, das ist ja schröpöpöpöpö. Vielleicht bemerkt es mich ja nicht. Du kannst da ruhig den ganzen Boden voll tropfen. Das stört mich jetzt primär erstmal nicht so sehr. Nee, nee, du kannst mal Fräze holen, nur auf die Schnauze kriegen. Aber die da unten dürfen nicht mitkriegen, also pssssst. Okay, alles gut. Okay. Okay, hier sollten wir uns eigentlich nicht mehr verfolgen können. Ja, ist der richtige Ausgang? Okay, ich hätte gedacht, wir waren hier schon, aber nee, 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 alles gut, alles gut, alles gut. Ah, guck mal, da oben. Die zwei kennen wir doch. Wäre gut. Wer hätte gedacht, wir würden es so weit machen. Du hast alle Art und Weise. Hey, alles ging so leicht als Silke. Und du weißt mich, ich habe es nicht so leicht empfangen. Klar, aber ich muss mich fragen. Du wirst wirklich das Black Rabbit Brothers aufnehmen? Bei dir selbst. Wäre ich bereit? Ich würde gerne ein paar Leute vermöbeln. Schätze ich? Fragezeichen. Ich weiß es ja nicht. Ah, no, ja. Hä? Wozu finde ich denn den Stargazer, wenn hier eh ein Stargazer? Also wozu finde ich denn den Shortcut, wenn da eh ein... Ach, das ist kein Shortcut. Das ist... Oh. Mein Gott. Ich liebe es, recht zu haben. Das heißt nämlich, jetzt ist Bossfight time. Das heißt, ich... Oh mein Gott. Hat den perfekten Cut gesetzt. Das heißt, ich setze jetzt wieder 20 Cuts, weil ich den Bossfight nicht schaffe. Oh, ich bin so aufgeregt. Rums. I'm going in. Ich bin so aufgeregt. Ich kämpfe doch jetzt nicht gegen alle vier. What? Nee, okay. Ist nur der große. Cooles Schwert. Okay. Oh, der schlägt nochmal. Oh, der schlägt nochmal. Oh. Der hat Animation gecancelt. Ich werde wahnsinnig. Was für ein Gamer. Oh, zu früh gedotscht. Oh, Mamma Mia. Ich möchte gerne, dass der brennt, aber das wird nicht so einfach... werden. Oh Gott. Oh, Gott. Oh. Eins. Es geht wieder los. Okay. Runde zwei. Hi. Hi. Was? I'm going in. You ain't seen nothing like my brother. Was? So etwas wie mein... Was? Ich habe jetzt guckt. Irgendwas mit... Da war doch gerade irgendwas mit Bruder. Irgendwas mit Brother gesagt. Ich habe es durch gelesen. Oh, oh. Oh, mein Gott. Jetzt geht es hier die ganze Zeit nur darum, dass... Das schwarze Kaninchen eifersüchtig auf mich ist. Oh, weil ich... Gepetos Liebling bin. Ich sterbe. Okay, heilen, heilen, heilen. Nice, nice. Anschießen. Okay, wir müssen wieder... Bisschen... Bisschen klar denken. So cool. Der schwingt das Ding ja mehr rum als Kno. Au, 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 au. Okay, alle guten Dinge sind drei. Ach so, wie seinen Bruder. Ach so. Ah. Oh mein Gott, der ist so... Gott, schnell. So, Fokus. Nicht nur blind dodgen, sondern... Sondern darauf auffassen, was er macht. Hm. Er verfehlt. What? Das ist dein Ernst. Das ist... Nicht dein Ernst. Oh, die Rage. Von dem Buster Sword. Okay, wir machen das anders. Heilen. Hände haken. Ich wusste, das kommt... Oh, ist nicht schnell. Aber... Oh. Keine Stamina. Keine Stamina. Ausweichen. Hände haken. Okay, das funktioniert nicht. Das ist ein bisschen doof. Alter, ist die schnell. Kommen sie gerade so staggern? Ich glaube, der Buster Sword, du, kommt jetzt von hinten. Ja, da kommt er. Aha. Okay, die kann man relativ leicht ausspielen. Man braucht nur genug Stamina. Und man kann sie relativ gut predikten. Also, außerdem, sie hört den Move nicht mehr aufmachen. Wenigstens macht sie nicht so viel Schaden. Okay, ich schreihe von hinten. Das heißt, er kommt. Man kann sie recht gut retaliaten. Verzieht sie sich jetzt? So, es geht weiter mit ihm. Abstand. Das war doch ganz gut. Und meine Stamina ist gone. Abstand. Heil. Geflicht. Nein. Es ist der Gott. Oh. Was hat er? Er hat einen Speer. Okay. Er wird wahrscheinlich sehr vorsichtig sein. Und. Langsame Jumpetext machen oder so. Ich bin extrem schwach gegen alles, was Speere benutzt. In jedem Souls Game. Deswegen wird er mich wahrscheinlich jetzt killen. Ich konnte auch den Dicken noch nicht brennen lassen. Das ist ein bisschen doof. Alter, Haken. Kann ich den? Ne, die war ich denn da zurück. Retaliate. Retaliate. Keine Stamina. Abstand. So, der kommt jetzt auf mich zu gerannt. Und ich kann aufladen. Und bam. Okay, der war easy. Er weiß, was er macht. Er weiß, was er macht. Oh. Und aufladen. Ich dachte, das stagert ihn vielleicht. Nein. Warum könnte ich nicht dodgen? Nein. Okay, das war my bad. Nein. Okay, aber das war gut. Das war, also, was heißt gut? Das war halbe HP. Das ist, das sind alles so coole Fights. Oh, ich lieb die. Okay. Ich hoffe, meine Aufnahme läuft noch. Mein Bildschirm hat gerade wieder geplackert. Aber wir haben den zweiten Bild wieder besiegt. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass alles funktioniert. Deswegen. Oh. Hm. Ich schlage mal weiter blind auf den. Ein. Okay, und er liegt blind. Oh, mein Gott. Ah. Blind auf mich. Okay. Ah. Dammit. Das ist, das ist hart. Das ist echt hart. Oh, Gott. Okay, ich halte mich nochmal. Scheiß auf. Let's go, Alter. Hier, ich schieße dir die Fresse, Alter. Zack. War nur joke. Regionsmagazin. Regionsmagazin. Abstand. Abstand. Was ist denn sein? Oh, der trifft. Dammit. Nein. Nein. Dodge. Ich drücke doch. Ah. Ich mache sicher, dass wir ein Sock mit uns haben. Holy Jesus. Das ist so stressig. Das ist super cool, aber das ist so stressig. Auf zwei Gegner gleichzeitig zu achten. Das ist hart, Alter. Vor allem, wenn es auch noch mein Nemesis ist. Das ist ein Typ mit dem Speer. Okay, da kommt Papa wieder. Da kommt der älteste. Oh, jo, 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 jo. Der Big Bro. Den kann man aber eigentlich ganz gut kühlen, den. Boop. Okay, da müsste tot sein. Nein. Jetzt aber. Jetzt aber. Oh. Oh. So, das kommt der letzte. Hier hat man noch nicht. Oh. Oh nein. Der andere Nemesis ist ein Rapier. Also, das ist im Prinzip einfach nur das Problem. Alles, was eine Stichwaffe ist, ist ein Problem. Der 1, der 1, der 1, der 1, Alter. Oh, der Haken. What do you mean? Ich bin der Typ mit dem Haken. Der darf keine Haken haben. Der hat keinen zu haben. Oh, 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 oh. Ausweichen. Solange der mich nur trifft, ist okay. Der Ticke darf mich nicht treffen. Stopp. Der Ticke kommt. Das ist gut. Ich kann mich heilen, wenn ich Glück habe. Natürlich nicht. Wäre die Blast vollgeblieben. Der hat gut kassiert. Nein. Das war knapp. Wir sind nahe dem anderen dran. Wir sind mit Granate. Bang. Okay. 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 Yeah. Yes. Yes. Oh, oh. Oh, oh. Der kann er mitnehmen. Das ist meins. Ich habe das Gefühl, die haben wir nicht zum letzten Mal gesehen. Oh, we did it. Kraftvolles Ergo. Oh. Kann man daraus wieder was Schönes basteln? Oh, das ist die groß. Ergo ist die Kratze. Moment was. Oh, das ist nur ein normales Ergo. Das ist kein Boss-Ergo gewesen. Okay. We did it. Und nur neun Tode. Das ist ja voll okay. We did it. We did it. Oh, das ist mir rastend, Alter. Nice. Da draus mal um Distriktieren oder irgendwas. Keine Ahnung, was das bedeutet. Aber wir sehen uns sowieso in der nächsten Folge wieder. Also vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen. Ciao. Tschau. 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 Untertitelung. BR 2018